Ich bin warm hier im Stadion. Naja, wir wissen ja alle, die Gesellschaft wird dicker, das ist kein Geheimnis und mit diesen Ernährungs- und Gesundheitstagen probieren wir jetzt schon im Grundschulalter die Kinder an gesunde Ernährung und genügend Bewegung heranzuführen, damit sich gar nicht erst die bösen oder schlechten Angewohnheiten einschleichen. Naja, wird kommen, aber wir wollen das im Keim sozusagen schon ersticken. Und deswegen machen wir hier in Zusammenarbeit mit dem SV Darmstadt diese Ernährungs- und Gesundheitstage an Grundschulen.